Ich bin froh, dass die Berner Stimmbevölkerung dem Hochwasserschutz zugestimmt hat. Die Bilder von 2005, die den Aaren Auto und Möbel durch die Matte geschwemmt hat, sind vielen noch präsent. Das Risiko, dass künftig so etwas passieren kann, wird jetzt deutlich reduziert. Denn mit den baulichen Massnahmen können wir die Quartiere entlang der Aare zuverlässig und langfristig schützen. 3 6 5 4 6 6